Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Hardcore-Serie. Hardcore-Serie? Ah, Serie. Mit dabei ist heute wieder der Kalli. Hallo, bin auch dabei. Und heute werden wir, wie gestern versprochen, die Gemeinschaft anschauen. Ja, das machen wir so. Und ich würde sagen, wir gehen dann auch schon los, oder? Ja. Ich habe... Ich gehe noch meine Fackeln holen. Und wie ihr seht, wir haben gestern, also nach dem Videoaufnahme gestern, haben wir noch ein bisschen... Weil nacht geworden ist, in der Nacht, circa... Ich habe eine Angel von einem Spy, das gekriegt. Und ich habe auch Knochen und so. Ja, also ein paar mehr da. Und da sind wir schon. Gut. Jetzt müssen wir langsam runtergehen. Ich gehe noch weiter runter und schaffe ein bisschen an. Hier haben wir letztes Mal die... Die ist gefunden, bei der Stelle hier. Hier ist das Loch noch. Hier ist, glaube ich. Und hier ist so eine Art Fischfarm. Oh je. Zombies. Komm, okay. Pass auf, gell. Wieso nicht irgendwie... Pfeffereck. Geh rein. Ich mach mal ein bisschen. Ich hole noch dieses Reisen da. Kannst du nicht verdecken. Wo? Ah, da. Ja, warte, wo ist das Gleiter? Junge. So. Ich fisch nochmal mal Eingang, okay? Warte, ich warte jetzt durch. Gut. Und aufgeschafft, oder? Oh, siehst du hier ein Licht schonmal? Okay, ist gut. Immer ein gutes Zeichen. Das Gleiter. Oh. Die ist wunderschön. Die ist wunderschön. Das ist... Mach mal bitte. Mach mal hier bitte einen schönen Screenshot. Oh ja. Komm her. Hier. Ist noch schöner. Komm her. Gut. Dann gehen wir weiter, oder? Ja. Oh, ist das Eisen. Was zu essen? Lasch. Ja. Cookies. Und von meinen Coca-Beans. Aus Opas eigenen Garten. Gut. Hier. Danke. Kohl hätten mehr Fakten mitnehmen sollen. Ja. Das war ein leichter Fehler. Wollt ihr mal eine Basisdance machen oben so? Ja, warte ich tue ganz kurz über Globerries. Oh, hier sind viele Beeren. Das ist sehr geschmackig. Hier sind bei Jo noch Lush Caves. Oh Gold, 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 nice. Oh je. Das ist auf, gell? Sonst haben wir einen neuen Titel. Ich tue hier nichts, ich will hier nur das Eisen haben. Ah. Hallo, lieber Enderman. Ich bin ganz friedlich. Oh. Ist gerade ein Ding gestorben, ein Bett in der Lava. Ich habe hier noch ganz viel Eisen. Ich habe schon 30. Können wir noch mal neue Tools machen. Oh, Club ist nice. Vielleicht können wir dann, wenn wir Glück haben, noch mal dieses binden. Und dann können wir vielleicht einen Enchanter machen. Das wäre auch sehr gut. Da, dirs, dirs, dirs. Dirs? Wo? Als ob. Als ob. Es sind mindestens zwei. Erstmal ein dir. Zwei dir. Das war es auch schon. Ich gehe doch genauer schauen und leider habe ich kein Licht. Vielleicht kann ich ihn hier mit den Globerries zusammenfassen. Aber ich hoffe nicht, dass ich das machen kann. Ja, leider nichts mehr. Aber zwei dirs sind auch super. Ich kann nichts sehen hier. Irgendwann. Aber, oh. Oh, da unten ist die große Höhle mit der Mannschaft. Oh, da unten ist die große Höhle mit der Mannschaft. Also, einfach runtergerade aus. Einfach weiter rüber. Ich sehe nur eine Höhle, keine Mannschaft. Ah, mit Diebsleid machte du das. Ja. Guck, ja. 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 Schon ein leichtes Friesenbohnen, aber. So, ich denke, ich mache mal eine Waterpocket, okay? Ja. Bei Waterpocket, falls man runterfällt hat, gibt es 12 Gold schon mal. Ja. Und? Sind die Cookies, gell? Ja. Richtig gut. Richtig lecker. Aber ich würde sagen, wie wir enden diese Episode auch von hier. Ja, als erstes machen wir nicht bei unserer kleinen Höhlenbasis. Wir enden dieses jetzt. Und wir können ja die nächste Folge gleich hier weiterspielen. Gut. Bis gleich. Tschüss. Und. Ciao.